Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut Voodoo.de VR. Heute gibt es nochmal einen VR-Zubehör-Test. Und zwar habe ich für die PlayStation VR 2 Sehstärke-Linsen von Hons VR. Und wie man die anbringt und was die kosten, das werde ich euch in diesem Video zeigen. Danke an meine Sponsoren, Voodoo.de, Aufwand-Events, Virtues, Capsulembeats und JSOCKS. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! So Leute, ich zeige euch erstmal kurz, wie die ankommen. Und zwar in diesem coolen Kästchen hier. Da macht ihr die auf. Und da ist dann erstmal so eine Karte, da steht dann drauf, was ihr bestellt habt. Da könnt ihr nochmal gucken, ob das das Richtige ist. Und dann habt ihr hier diese coole kleine Packung. Steht auch Hons VR drauf. Und dann könnt ihr hier mit dem Reißverschluss aufmachen. Ja, und dann sind hier die Linsen drin. Jeweils mit links und rechts markiert. In solchen Plastikbeuteln. Ja, und hier habt ihr nochmal den Schutz natürlich in dieser Hülle. So, und ich habe jetzt schon mal eine Linse angebracht, damit ihr das schon mal sehen könnt. Und zwar hier, seht ihr das? Da, da ist die Linse schon drauf und hier nicht. Damit ihr das so ein bisschen mal zum Vergleich seht. Ja. So, und jetzt mache ich einfach mal die andere Linse auch noch dran. Also das ist jetzt die linke. Zeige euch mal, wie das funktioniert. So sehen die aus. Ja, und die haben hier so eine kleine Aussparung. Da. Und das ist der Punkt, wo man das natürlich an der Nase hat. Damit das nicht an der Nase nervt. Und das ist richtig cool. Da könnt ihr dann so draufklicken einfach. Zack. Ja. Muss natürlich richtig rum sein. So. Jetzt seht ihr, dass da wir beide drauf. So, und jetzt könnt ihr natürlich ganz normal die Brille so aufziehen. So. So, und jetzt hängt es natürlich wie immer davon ab, welchen IPD ihr habt. Wenn ihr natürlich einen ganz geringen habt, dann merkt man das ein bisschen auf der Nase. Das ist fast immer so bei allen Linsen. Das merke ich jetzt auch ein bisschen, weil ich 59, 60 habe. Stört aber nicht wirklich. Das Wichtigste ist ja, dass man dann tatsächlich die Brille nicht braucht. Und das ist natürlich das Beste an der Sache. Das ist eine richtig feine Sache. Also merkst du dann halt auch einfach gar nicht. Wenn ihr ein IPD ab, sag ich mal, 62 habt, dann merkt ihr das sowieso gar nicht an der Nase. Und das ist wirklich eine feine Sache. So, jetzt muss ich mal hier gucken. Mein guten Zettel. Ich will euch ja nichts Falsches sagen. Also von Hans wie A sind die, wie gesagt. Und es hängt natürlich der Preis wie immer davon ab, welche Werte ihr habt. Also dieses Sphere, Astigmatism and Axis. Das könnt ihr dann auf der Webseite auswählen. Je nachdem, wie hoch die Werte sind, schwankt das bei einem Set von zwei Stück zwischen 50 Dollar und 140 Dollar. Das finde ich ein guter Preis. Zumal auch keine Versandkosten drauf kommen. Da habe ich schon Linsen gesehen, die wesentlich teurer waren. Also das ist für ein paar Linsen eigentlich ganz okay. Und wie gesagt, wenn ihr das kaufen wollt, dann findet ihr den Link in der Beschreibung. Da gibt es auch für andere VR-Brillen gibt es Prescription Lenses, also Sehstärke Linsen. Die habe ich jetzt aber für die Playstation VR 2 bekommen. Und ja, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Vielleicht habt ihr ja schon welche bestellt. Oder wenn ihr die bestellt, dann sagt mir gerne mal Bescheid in den Kommentaren, wie ihr die findet. Ich fand die gut. Und ja, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao.